Ja, fast 2 Stunden in einer Ebene. Das fackt schon ab. Ja. Dann helft man schon sowas. Ja, nur Treppe. Du bist wenigstens froh, wenn der Treppe ist. Ja. Hier ist sofort nur Treppe. Ich bin eben, du bist da. Jetzt bin ich 7. Da musst du aufpassen, wenn du 11 ankommst. Kannst du auch irgendwo Kisten stehen lassen? Lass grad überall alles stehen. Ne neue Notiz. Alle Kisten auf jeden Fall. Ich möchte alles etwas schenken. Das sie lieben. Mama, pass die Nacken, Lanzi, der Sisketter wird kein Bier. Yes. Penrose und so. Das ist Penny. Schrift. Ne Liste von Penny. Um zuvor weiterzulesen. Oh, du meinst die Mumien die hier rumrennen? Wo ist hier die Treppe? Ganz oben rechts, der Neck. Nein, wo ist die Treppe auf der 11? Unten durch gewesen. Ach ne, ich krieg's. Oh Mumien, gib mir grad mal grad alle nicht viel auf den Sack. Doch, hier müssen die auf den Sack gehen. Besonders hier. Nein. Ah, da sind zu viele Mumien die hier rumrennen. Oh, nicht runterkomm. Nicht runterkomm. Okay. Jetzt. An Hayley und Emily, ich möchte... Jetzt, 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 jetzt. Ich komm' grad. Ach so. Ist okay, ist okay, ist okay. Ja, ich hab' eben... Obwohl du jetzt vielleicht auch jetzt mal was gegessen hast, deswegen. Zweite Geschleim ist direkt in mir gewesen. Toll. An gut... An guten Tagen habe ich ein paar nützliche Sachen in den Müllermann gefunden. Manchmal findet man hinter der Kneipe auch das Gericht des Tages. Frischzucker. Den Nachtisch sehe ich bei Familie Müller im Müllermann. Schätze gibt es beim Schmied und im Museum. Stimmt. Okay. Stimmt eine Nachricht von Linus, oder? Wahrscheinlich, ja. Mit deinem Müllkramm und so. Mhm. Schätze ich auch. Was sind so ein Glück haben mit den Löchern da? Ah, ich hab das mit dem Haus von Jodie. Mhm. Weilen. Ist hinterm Bürgermeisterhaus ganz hinten in die Ecke. Ah, 50%... Ah, es ist ganz... Hm. Was muss was essen? Oh, Fledermäuse. Oh mein Gott, direkt in mein Gesicht rein. Mein Aufsicht zu. Direkt in deinem Face. Noch ne Notiz. Wir haben auch Vorsicht. Tappe. Sonderbestellung der Kneipe zum Sternfall. Wölkermeister Levis. Selbstfülle. Sobbelte Portionen ballaststoffreiches Brot als Beilage. Marni-Kürbiskuchen. Extra Schlagsahne. Dimitrios. Bohneneintopf. Bitte scharf. Caroline Fishtaco. Sie will drei Portionen Soße. Am besten ein paar Servietten. Aber cool, dass die Listen jetzt auch direkt im Spiel mitgibt, ne? Ja. Glaubste. Glaubste. Shit. Muss ich runterkommen? Ja. Irgendeine überlegene Treppe zu nehmen. Hm? Was ist das? Achso. Ich weiß warum. Warte, komm her. Bavi. Bitte, bitte. Bei mir? Becken bei mir. Naja, alles gut. Mit der Waffe geht's gut. Der Waffe geht's gut. Ja, mit der Waffe geht's wirklich gut. Ja, verstanden, der Waffe geht's gut. Ey, mit der Waffe geht's gut. Achso. Grüne Notiz, gleich. Ab sub, rechts. ja weil man kein loch findet ach so ich habe das auch mit diesen erdbeeren okay ich hab die notiz mit den erdbeeren okay ich hab auch gleich die treppe gefunden oh mein gott das ist kein iridium erz was war das krammkuchen mein gott noch ein was du krammkuchen bekommen warte warte guck mal hier schenk es mir doch was das bringt eben den neuen guckt mal auf die uhr ja 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 wir kommen jetzt oh ein hit mehr und ich werde hier schon wieder mine verlassen wir schon ich hab's gehört die treppe nicht aktiviert sondern mit dem schwert in verteidigung gegangen das ist das problem deswegen wenn ich zu leiter laufe direkt axt 1 reindrücken aber es sieht mir nicht so aus als wäre was tolles weg unterwegs werde ich jetzt einpennen ich werde verlieren ich bin in der arztpraxis in der stadt ey der schickt die tonne aus oder nicht ne ich bin in der arztpraxis du musst rauslaufen hi ich bin einfach bei chris ja ja jetzt auch bei dir weil du musst mindestens zehn minuten also ins spiel musst du mehr einplanen um das eine länge raus durchzuqueren ja ja oh mine arbeitsstufe 7 ja hat sich immer gelohnt ich hab halt auch nicht groß was verloren muss ich sagen weil ich dir jetzt noch den krammkuchen gegeben ja gut ich hab mein iridium erst nicht mehr aber ich hab dir alles glaub ich überlassen mhm die geister sind bei mir heute sehr glücklich mhm 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 Hehehe Jetzt ist es auch spüren Den Geist in mir Lalalalalala So, ich Ich gehe wieder weg, tschüss Mach das Ich brauche mehr Iridium Hehehe Iridium, Iridium, Iridium Und Essenzen, Essenzen, Essenzen Komm doch jetzt um 10 Ja So, die Stunde warte ich Wie gesagt 50 Iridium waren und 50 Essenzen von jeder Sorte Da wird man Spaß mit haben Jaja Sicher Das mal zwei Weil ich vermute mal Fabio will auch noch einen Was will ich haben? Ein Iridium Band Wenn er gut ist Ja Ja, das Ding hab ich doch Wir werden ja nicht abgeben Hehehe Das ist ein Einer Ich würde die halt craften Mhm Das ist nur ein Vorteil für mich Überleg ich mach mal 20 Wie viel macht der 10% extra Schaden? Mhm Mach aber 20 Voila 20 Schaden mehr Freut dich Nein, nicht den Kuchen essen, geh weg Pam, 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 pam Haben wir beide heute in der Welt? Ja, haben wir Haben wir Haben wir Überleg mal Überleg mal, du fährst den ganzen Tag Im Winter hin und her Da sind doch 10.000 Gold Die du erstmal in die rein jubelst Ja Kostet das für ein Busticket Da kannst du ja mit Air Berlin irgendwo hinfliegen Ja Kann die sich in zwei Häuser bauen Mhm Stimmt Da, die Drohle Hat die von dir verlangt, ne? Achso dann Acentus stell dich schon mal ein Wir brauchen eine halbe Million Pro Frau Ne, nicht pro Ist nur für sie gewesen Wurde für sie Ehm, eingefügt mit dem Update Also nicht für andere noch? Ich hab nur für sie gelesen Extra stand auch sie Nur in den Patch Notes drinnen Patch Notes Ja Pam wurde gebufft Pam wurde gepatt Die passive Die wurde gepatt Extra house Give me home Na la 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 HeHe Lalalalala äh, la 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 Hey, alles gut bei dir, Fabi? Ja, immer Oh mein Gott, ich merk das schon Humba Humba, Humba, Humba Humba Guck in den Humba-Bumba Guck in den Humba-Bumba Oh, nen Draman bekommen gerad bei den komischen schaden muss sie alles in der gilde kaufen ja kriegst du nicht du riss ja keine bisschen schuhe ist doch nur waffen und das galaxy ist halt das stärkste was du kriegst bämm 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 alter seemann was ist gar nicht mehr also nicht ne warum nicht das spiel sagt nein alter seemann was ist das denn jens hat sich verschiedene fische erfangen ok ich kannste gucken bei dir hm boah weißt du wieviel das sind mach mal boah wieviel waren denn in einer reihe neun achtzehn ja ich müsste in der vergabe bekommen haben kannst du es gibt doch extra den reiter erfolge wenn er bei dir darauf geht im inventar gerne sie ist auf e dann gehst du oben auf sammlung dann hast du unten den erfolg und da guckst du nach ja wenn ich hier angegriffen werde ganze dynamite dann aber du hast zeit fische zu zählen mhm 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 boah gerade nichts kam deswegen und da alter seemann habe ich doch ja die eben ist verseuchte ich glaube ja weniger ne aber alter seemann habe ich ihr habt den wahrscheinlich so schnell gehabt dass wir es gar nicht mehr wissen dass ich ihn gekriegt habe ne den arsch doch mal ne 辛k ne ne ebende 100 ne ja da müsste echt mal zu dritt irgendwann rein mit abgewelten zu überlegen und 10.000 steine ok ich kann 9 990 ja 96 stein die man braucht ja voll im 0 also ob ich schnell das zusammenkriegt jeder stelle der one hat auf jeden fall ein ziel wo du sagen kann deswegen okay damit vertreib ich mir erst mal die zeit ja es ist halt besser vielleicht hier auch das man hat das ist glaube ich einer meiner vorletzten notizen die noch nicht und mir fehlen jetzt noch zwei notizen wenn du dies lesen kannst kommt zum geheimen wald bitte bringen in irgendeiner kiste ich habe gerade irgendeinen spackenfisch bekommen sei denn die dass du gerade drin willst es gibt kein holz zu fällen also brauche ich meine axt nicht und b ich habe meine pickaxe weggegeben das geht damit die besser wird und jetzt habe ich nur noch die anderen im winter hast du jetzt eine normale angehen ich habe noch die fieberglas ja ich arbeite ist hinter dem weintagszentrum also fehlt mir noch die letzte mit dem ich würde sonst immer gemeint ist gut da könnte ich auch hoch also ich muss auch eh noch lernen ich habe glaube ich angeln noch auf vier oder so ja weil dann hättest du schon eine bessere herausforderung das ist auch nett von ihr wenn ich die fische so komisch werden ja ich wollte sagen immer gebe eine blubberblase nicht weg kommen ich hab gerade eine süßkarte bekommen vom gegner ja die küsse ab und zu hier und bei den gegnern ist automatisch aber jungs ey geh hau doch einfach ab gib mal bitte lieber zu den fänden so wie der kampfstiebe kann man nicht einfach loswerden schüss nein nein haben wir wirklich mal den weg damit geht in den mülleimer mhm platz so eine art buch kaufen kann mir eben 30 erreicht ist hast du da einmal so hin kannst so einen speicherpunkt hast dann halt ach ja welche ebene gab es eisen und so wenn ich habe es recht ich habe mich eigentlich warum ich wieder von vorne anfange obwohl ich eigentlich schon so weit war warum hängt du so weit vorne an wenn du schon so weit warst ich habe gesagt ich frage mich ich habe gesagt ich frage mich ich habe gesagt ich frage mich wenn man keine energie mehr hat ich gehe gleich nach hause kannst nach hause gehen du kannst nein kannst nach hause gehen geh doch nach hau mehr jungs raus schon das ist voll ich bin ich bin ich bin ich bin es ist wenn ich bin steine 167 steine mit steiner 167 steine ich glaube meine normalen sagen dass ich andere köstmann fertig kriegen dass man da kriegt besonders alles klar farby ist richtig farby müde kommt auf wieder der letzte der mine war wie war das gerade nach müde kommt doof ab ich habe das kuchen gelernt der muss vielleicht ganz zeit doof sein oder ein artiges menschen wahrsager die gäste fühlen sich heute neutral meine sind höchst unzufrieden ja geld ausgeben glasierte süßkartoffel 200 energie mhm what the fuck was zur hölle ey hmmm geshofft omelette aus den Nagel sauerndes 225 satinik was habe ich verfahren Wurzelplatte kann ich auch machen Ja, kostet nicht viel Robin will gern 10 Hartholze haben Cool sein Hartholze haben eigentlich ein bisschen Hm Ein Stück 10 10 Ja, wir haben einiges Ja, nächstes Jahr gehts ja wieder voran mit dem Ding, ne? Hartholze kann ich immer noch abbauen Hm Geht ganz noch weit Ich glaub da jetzt fix sind alle in die Mine Boom 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 checka boom boom checka boom Natürlich kriegt er Leben von Boom Ähm Boah Boah Wenn man das einmal auf dem Zeichen durch auf dem Wecker wieder guckt, ne? Hm Hm Ja, Robin Hier gibt's auch 500 nur Pulverte nach Oh, das kommt glaub ich hin Ja? Naja, ich glaube ein, ein Hartholze verkaufst du auch mit 50 Okay Okay Fast schon Hm, dann geht das ja Dann geht das ja Wer will heute noch eine Mine? Hier Nö Ich geh nicht in die normale Ja, da geh ich jetzt auch an Ich weiß ja nicht was du da suchen willst Einfach nur farm Alles Und 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 halt 11, ne? Dann, dann am besten nicht bei 40 starten Und so Ja, startest du jetzt, ne? Ja Da sind nämlich die Geister, die Kohle Boys Ja, da wollte ich eigentlich grad hin Dann Ich raste eh nur durch Hat Pan hier heute überhaupt offen? Sonntag Kann ich ja grad mal oben zum Beim Zug hingehen Schon da hätt ich auch buddeln können Schatzkiste Die haben ein bisschen was bringen Nur 5000, ne? Hm? 5000 Hm Ist da gratis, statt zu Ja, aber die kommt Ende des Monats mit in die Kiste rein Brauchen wir jetzt noch gar nicht rein zu machen Kann ich Kann ich 4500 ausgeben? Hm? Heizgerät, Melkkübel und ne Kuh Ja, mach Also da ist das Ding grad gebaut Ja, ja, ist fertig Wo bin ich eigentlich in dieser Minute zimperlich bei den ganzen Schleims? Hm Warte mal noch irgendwie so ein Stück Ne Fallspitze Ich hab' gefunden Was mach' ich denn? Kann ich doch gleich bei Gunther abgeben Und da Bist du Munther? Ja, dich lieb' bestimmt nicht Hehehe Ja, ach bitte der nicht Der schenkt Der schmeißt den ganzen Müll aus und wieder dahin Was muss das muss? Weißt du doch Stimmt Hm Dann geh' ich halt eben eine 14 15 Na 15 meine ich 50 15 15 Ja, 15 Hört sich besser an Hehehe Weil Den anderen Abstand brauchst du nicht machen Aber ich lebe mich auch schon bis zu bei Beziehungsweise Es sind 40 Aber ich raste jetzt grad so durch Schön für dich Cooler Boys Und die Mission für dir Und die Mission für dir Ja Bist du zuhause? Ja, ja zuhause Ja Komm Nur so Nur so Ich hab grad unsere Kühe gestreichelt Yeah Unsere Kühe Der zeichnet schliess schon aus Wer auf jeden Fall sich um die Tiere später kümmern Barbie Barbie Kein Problem mit Mit Hab ich ja noch Glück gehabt Ob du das machen würdest ey Wir bauen Holz, dass wir eine Kiste bauen können Dass wir eine Holz... ähm... Käsepresse machen können Beine Hütte Geh rein Nimm doch raus Ich hab nicht mehr dran gedacht was du hast Ich hab nicht mehr dran gedacht was du hast Ich will da raus Die haben Haus jetzt in die Iridiumbache fertig Mhm Ich will da nur noch rein Ja ist egal Ja ist egal Ich glaub 30 So ein Ladinger noch Ja Bitte was? Wie red die im Band Ich meine Kuss oder? Ja Ich meinte nur jetzt um ja Mehr hab ich dazu nicht gesagt Denkst du sowieso dass du dir einen Schatten hast? Den hast du sowieso Das ist doch nichts Neues Das ist ganz normal bei dir Naja ist mir das Flumpe Wumpe Flumpe Wumpe? Und da sitzt du sehr gut mit klar Müsst du da mit dem Schatten? Ne Wer mit dem Schatten spricht Überleg mich wär schwarz Dann wär mein Schatten... Meinen Schatten ganzen Tag verwirrt Wumpe Wumpe Das liquor Das ist wumpe Ja Ja Typisch flesch Typisch fresch ливysz jä Ewau Ewau wohnert oder wohnert neun freundin Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum.